Sie sind in Uetendorf, Familie, Anführung und Freunde von Musikverein in Uetendorf. Herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, dass Sie so viel willkommen an der Top-Up-Software-Jubileo, über 150 Jahre Musikverein in Uetendorf. Ich habe vorhin gesehen, dass wir uns auf das Pömer in das Pömer und in das Pömer müssen, dass wir uns das Pömer für uns sind. Dann haben wir den Erfolg, nach wie wir ins Meini-Köpfen. Und da sieht man, die Pömer ist die Identitätsstiftung. Pömer erfreut, Pömer motiviert. Aber in anderen Tagen kommen die Pömer heilt, Pömer tröstet. Und gerade heute hat man zufällig gesehen, man kann nicht gleichzeitig Pömer machen, die Angst hat. Ich hoffe, ihr müsst alle keine Angst haben. Aber in Englisch ist es ihm ja nicht ganz wohl, wenn man so in die weite Welt rausguckt, was da alles für uns passiert. Darum sind wir ganz froh, dass wir uns heute einfach von diesen wunderbaren kleinen von euch anbrechen und von den verschiedenen erfüllten Formationen. Blasmusik, Harmonie, nimmt unter den verschiedenen Patienten eine besondere Stellung. Sie ist ganz klar, und das gilt immer für alle Länder, vor allem für die Identitätsstiftung. All jene, wir sind überzeugt. Keine Plattensöhne, keine Fadenmarsch oder keine Bärmarsch. Dazu braucht eine Popband oder eine Jazzband. Dazu braucht eine Blasmusik. Identitätsstiftung für die Leiter. Die Identitätsstiftung, die Rohre, die Musik für ihr übertragen, seit sagenhaft 150 Jahren hier in Warnen. Und ich möchte euch im Namen von ganzer Quindrad, sicher auch von ganzer Bevölkerung, recht herzlich gratulieren zu dieser enormen. Mit Wort kann es nicht nur wirklich Lestin, dass man über so lange Zeit eine Freie ausrechterhalten kann. Ihr müsst es aber gleich noch einmal aufzählen. Das IPA schon am 1. Jänner am Morgen, wenn die meisten, manchmal schon die meisten Präsidenten, noch zu Hause sind, mit dem Neujahrskonzert im Dorf. Dann kommt dieses Regelsführungskonzert. Die Schulpreis, wo wir hoffentlich jetzt nicht umgehen wollen. Wir müssen ja auch planen. Oder die Schule ist auch planen. Dann kommt das Frühjahrsrunde, wo wir die Schulpreis umgehen. Und dann tun wir, ohne Musik, zwischen Musikformationen, wo wir in der Frühjahrsrunde sind. Musikfrei. Nur in dem Ort, wo wir in der Regel da sind. Könnte ich an der Schulpreis-Partie vorstellen. Ohne die Kleinen, die nur noch von anderen, das eine schriften, sondern wir haben ja immer noch ohne die Ängste werden. Super alles. Erst wunderschöne, empfangen von allen Arten. Ohne Musikfrei. Nicht vorstellbar. Manchmal ist es uns in den Köpfen mit der Jotter ablösen. Aber das braucht man. Zu jedem Fest hört eine Musik. Aber die Beste, die wir nicht so gerade gesehen haben, auch noch Politiker. Aber die stehen auch in einem klaren Verhältnis zueinander. Weil ein Fest ohne Musik ist kein Fest mehr. Und ein Fest ohne Politiker ist vielleicht sogar einer mehr Fest. Für mich ist ein Gräber auch eine ganz wichtige Funktion für die Jugend. für die Jugend. Wir dürfen in den Dorf bestand sein. Und auf etwa 60 Personen in den verschiedensten Bereichen. Und eigentlich, wir haben zwar Räume mit der Arbeit und das ist auch gut. Aber eigentlich, ist eine Ware in dieser Schule wieder in der Verein stand. Und ganz besonders eben auch über Musik für mich. Disziplin, Fleisse, durchhalten will. Wir haben ein Teamgeist. Wir können nicht nur noch Musiken, wir können das Fest organisieren, was Arbeit gibt. Das lernt man in einer Verenung, wie wir hier nicht sonst. Was ich besonders gesagt habe, das ist ein Aufgangsrecht. Es ist ja auch bei Licht abgelaufen, Musikanten steigen. Ich habe nicht gelernt laufen, richtig, oder im Schnitt laufen, richtig an laufen. Das ist ja auch etwas. Wenn wir nachher ins Militär kommen, ich bin im Sinne in der Gruppeschule, ich bin leider nicht der Grösste zu sein, sondern irgendwo im Mittelfeld. Und der Grösste, der vorrechts laufen muss, das war jemand von der Schalke. Und dann hat die Musikerfahrung gefehlt, wenn ich mich immer aufgeregt, wenn ich mich einfach zweimal noch ins müssen. Aber nicht exerzieren. In der Musik lernt man Sachen schon in jungen Jahren, die in der Kindheit zu leben. Helfen, wenn man von so einer Kindheit nicht hat. Aber es ist auch etwas ganz schönes Marsmusik, das man machen kann in einer Formation, die man eben auch aus Leeren im Team sein, im Schritt sein. Auch wenn man als Einzigen will. Wir sind im Schritt, aber wir sind der Einzige, den Restschritt muss man auch anpassen, an die anderen. Das gilt meinem anderen Ort im Leben. Liebe Musikatte, liebe Musikatte, nochmals eine herzliche Gratulation. Ich wusste, dass die Gemeinde nicht irgendein Geschenk übergeben, wenn ihr das in kleiner, flüssiger Form übergeben dürft. Und einen Fadzen, oder ein Stübzahler, nicht nur Stübzahler, aber 150 Jahre übernommen, die eure Kassen bekommen. Das ist aber noch ein kleiner Teil. die Glästigen, diese müssen sie erbringen. Und dass man die 150 Jahre als Sprecher übersteht, das braucht schon vorhalten werden. Höfes und tiefes, und vor allem enormes Engagement. Das ist vielleicht noch eine Erinnerung. 1874 wurde sie geültet. Im ersten Rössens aus der Geschichte 1974 wurde sie erst mal reviviert. Die ganze Geschichte, die 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 Schweiz in Frieden lebte. Im 1848 wurde sie als Musikverein mitgestaltet. Die Geschichte mit der heutigen Situation vergleicht, muss man sagen, unter der Sonne nichts Neues. Leider ist das so. Wenn ihr erinnert, 1918, nach dem Weltkrieg die Spanische Grippe, was ihr erlebt habt, wie Corona sehr die Spanische Grippe überlebt. der Instrument war auch Corona nicht als Inseln, als für ihn, den sie nicht proben können. Das ist gar nicht selbstverständlich, wenn wir zwei Jahre verschieben, dann wir machen weiter. das verdienen ganzer speziellen Applaus für die aus. Applaus Wenn wir in die Geschichte schauen, die wir sagen, bei allen Ertragungen, die wir heute jeden Tag im Fernsehen vernehmen, vor Ukraine habe ich gesehen, nichts Neues und in der Sonne wird sich auch nicht beruhigen. Es gab Weltwirtschaftskrise, es gab zwei Weltkriege. Die Kriege sind gekommen und gegangen, die Wirtschaftskrise sind gekommen und gegangen, aber die Aussage hat Bestand. Ich bin überzeugt, wenn wir das anschauen, werden wir die nächsten 50 Jahre gute Anreffen haben. Was denn ist, können wir das machen? Ja, Party ist auch nicht. Die Jünger sind in den Kreisen. Und wenn es ganz gut gibt, ein paar sind 25 Jahre später. Ich freue mich, wenn wir wieder hier zusammen auftreten, ihr schönes Teil, macht es gut, in den Open Parade, euch bedanken für die Unterstützung der Gesellschaft, ein Gemeinde, eine Bank, eine Gemeinsverwaltung, eine Schule, eine Musikverein.